Süddeutschland Meine Großmutter hat mich auf den Weg geschickt mit einem Satz, und zwar sie wünscht mir jeden Abend einen Ort, wo ich willkommen bin, um meine Songs zu spielen, also natürlich hat sie gesagt, deine Songs. Dieses Stück heißt Ort ist geschehen und es handelt davon, dass wir alle zusammen heute hier zusammen atmen, uns entschieden haben, heute hier zu sein. Ist alles okay, oh, oh, oh. Ist alles okay, oh, oh, oh. Ist alles okay, oh, heute hier ist der Ort, ist geschehen. Lasst uns persönlich sein und ein Stück weit zusammen gehen. Ist alles okay, oh, oh. Heute hier ist der Ort, ist geschehen. Lasst uns die Hände reichen, oh, Unmut kann der Hoffnung weichen. Das ist alles okay, oh, oh, oh. Ist alles okay, oh, 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 oh. Heute hier ist der Ort, ist geschehen. Ich komm nach Hause hier, weil ich bei euch bin. Ich komm nach Hause, oh, 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 oh. Und die Ort, wo ich willkommen bin. Ich kann erzählen, von so vielen Gefühlen her. Vom Himmel und der Hölle und von Sirenen, die mich quälen. Ich komm nach Hause, oh, 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 oh. Und die Ort, wo ich willkommen bin. Und die Ort, wo ich willkommen bin. Ich komm nach Hause, oh, 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 oh. Erst im Inneren und dann im Außen. Ich komm nach Hause, erst im Interetter, dann im Außen, yeah. Könnt' ich's fühlen, so heftig und explosiv, yeah. Da gibt's eine Kraft, sie sprengt alle Rahmen, wenn sie fließt. Ist alles okay, oh, heute hier ist der Ruhm, das Geschenk. Ich komm nach Hause her, was bei euch geht. Ich komm nach Hause, an die Uhr zu wo ich willkommen bin. Ich komm nach Hause, erst im Inneren und dann im Außen. Ich komm nach Hause, erst im Inneren und dann im Außen. Könnt' ich's fühlen, so heftig und explosiv, yeah. Da gibt's eine Kraft, sie sprengt alle Rahmen, wenn sie fließt. Vielen Dank. Da muss ich ja immer erst mal so eingrooven. , das war's. Da muss ich ja immer erst mal so eingrenzen. Du hast ja immer erst mal so eingrenzen. Ich komm nach Hause, dass ich das ist. Ich komm nach Hause, jetzt.